Okay, go! Oh, oh, meine Ise! Easy, komm! Oh, oh, diese Viers gehen nicht ganz rein, doch, doch. Okay, wir müssen hier zu bauen. Zu bauen, it's party time! Oh, wollen wir ein Guckfenster haben, damit wir rein schon können? Was passiert da, was passiert da? Oh, bau das Bett ab und jetzt werden sie, werden sie! I'm sorry, Miss Jackson, ooh, I am for real, never meant to make your daughter cry, I apologize to... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bad Wars, heute auf der Map Tipis. Und wundert euch bitte nicht, wenn der Gommelserver ein bisschen verbuggt ist, denn heute ist der Server halt ein bisschen verbuggt. Wir haben schon probiert, auf einem anderen Server zu spielen, weil der Server so hart verbuggt ist, aber... Ja. Okay, du baust dich in die Mitte und... Ah ja, ich hab gar nicht gesagt, dass wir jetzt zusammen mit dem M8M8M spielen. Eigentlich so wie immer. Ich hab keine anderen Freunde, deswegen kann ich nur mit ihm spielen. Hä? Ist grad die Verbindung abgekackt? Hallo? Hallo! Oh, get trolled! Aha, get trolled! Hast du auch zu den Filmachtern nicht? Ja, ja, nein, es baut sich keiner zu uns. Oh, es geht. Soll ich ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen das Bett einbauen? Nein. Okay, ich baue ein bisschen das Bett ein. So, na gut. So, das wird jetzt ein bisschen eingebaut. Gut. So, auf den Seiten baue ich den Gang auch noch ein bisschen zu, damit da ja keiner reinkommt. Okay, passt. Die Nachbarn bauen sich zu. Oh nein, doch nicht. Hast du 8 Gold? Ja. Ja, gegönnt. Warte, ich geb sie dir. Dann kann ich das. Was? Eisen? Ja, ich hab... Äh, leider nicht. Leider nicht. Na gut, okay, dann. Aber ich hab eigentlich eh ziemlich viel Eisen übergelassen, oder? Ja, schon. Ja. Aber ich will mehr nicht mehr. Ach so, du willst mehr. Ich setze dich irgendwie feis an, oder? Das hört sich ganz okay an. Es hört sich so an, wie ich es gemein bin. Nein, 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 nein. Ähm. Ja, und, ja, schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich mit einem Damage Indicator spielen soll. Das heißt Advanced Guy, wie oft noch Junge. Oh, Junge, ja, ist egal. Also, man ist auf jeden Fall... Ja, ich hab 8 Gold. Äh, ja, komm, weil die Blauen bauen sich zu. Okay. Oh, lol, die baggen grad bei mir ein bisschen. Ja, der hat bei mir auch gedacht. Und, ja, das ist halt, dass man über einem... Sieht, oh, du bist bei mir im Blog irgendwie. Okay. Dass man über einem die Herzen sieht, die Herzenanzahl. Ich glaube, ich mach mal jetzt ein Eisenschwert. Und, ja... Ja, das war das Gold. Und, ist... Sparen? In deine Kiste geben? Ja. Okay, ich geb's in deine Kiste. So, und, ja, ist natürlich sehr gut für P4P, aber... Ist... Es ist legal. Es ist... Ja, legal schon, aber es ist vielleicht... Bisschen Hacker-mäßig. Stehst du? Bist du grad bei denen? Du bist grad bei Gelb. Und träumst du auf? Ja, ich mach sie schon. Ja, komm, mach sie. Ich kann hier ein bisschen Spawn treppen. Oh, die haben... Oh, die hast du einfach beide noch. Aber, die kommt nicht zu uns. Ist mir egal. Gut, spammen sie. Nein! Aber ich hab das Bett ziemlich gut eingebaut eigentlich. Halt ohne Kisten, aber... Naja, du wirst... Ja, es dauert ein Weilchen, bis sie das Bett abbauen. Schau. Schau, alles mein Verdienst hier. Ich bin ja nicht einmal bei uns, ja. Nicht? Oh. Nein, wir haben die dann schon mit uns gebaut. Ich glaub, der eine ist in unserer Base, oder? Nein. Nicht? Ah ja, stimmt, wirklich. Fail. Ist der... Der Kise ist da. Okay, dann machen wir's zu Kise easy, oder? Ja. Aber diesmal mach ich das Ganze, okay? Wow. Ich glaub, meine Ping hat grad richtig... Okay, meine Ping... Alter! Okay, jetzt geht's wieder. Ich hatte kurz eine 180er Ping. Aber jetzt hab ich wieder eine halbwegs normale. Alter, der hat ja den Bogen! Alter, der hat ja den Bogen einfach! Okay, komm! Ja, er ist tot. Äh, ich mein, fast tot. Ja, sehr gut. Ich mach das Bett. Okay, easy, 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 easy. Down mit denen. Nein, der geht zu uns. Ah, das Bett ist so gut eingebaut, das kriegt der nicht. Ja, der ist eh schon. Okay. Ich geh gleich von da zu uns. Da muss ich keine Blöcke verschwenden, verstehst du? Zwinker, zwinker. Lol, ich werd irgendwie... Wir sind zurückgepackt manchmal. Äh? Hm. Hä? Die schwarzen bauen sich... Ich hab sechs Gold. Ich kann dir... Warte. Mit der zwei Gold kommt. Ja, ich komm, ich mach mein Eisenschwert und eine P-Tex. Ja, hier liegen noch zwei Gold. Wo? Ja, dann nimm sie und gib sie. Weil ich hab acht Gold in die Kisse gegeben, soll ich aus den acht Gold zwei Bögen machen? Ja, ich mach zwei Bögen draus, oder? Soll ich zwei Bögen machen? Äh, oh, äh... Ja, okay. Gut, das leben eh nur noch drei Teams. Gut, das geb ich mal alles da rein. Okay. Dann mach ich mir noch ein Eisenschwert und eine starke Pickaxe. So. Und... Ja, wenn ihr... Wenn ihr auch Interesse an dem Adventsguy habt, könnt ihr auf jeden Fall... Er macht, er macht einem vorbeischauen. Der hat da ein Tutorial, das zwei Minuten dauert. Also... Sehr... Ähm, ich sag jetzt mal nicht leicht, aber sehr... Okay. Oh, der eine baut sich hoch, den bekommen wir nie, wenn wir ihn jetzt nicht abschließen. Ja, okay, der ist unten. Der eine hat einen Bogen. Ich hab ihn zweimal getroffen, aber ich bin jetzt, glaub ich, auch gleich unten. Nein, ich lebe noch. Der eine Roter hat einen Bogen, den müssen wir kriegen. Hä? Oh mein Gott. Meine eigenen Pfeile baden irgendwie. Okay, ich hab ihn dreimal getroffen. Viermal. Viermal getroffen, okay. Der sollte ziemlich down sein. Der Schwarze baut sich wieder hoch. Komm. Ich muss den Schwarzen rot erschießen, sonst kriegen wir den nie. Alter, nein! Er hat mich, nein! Aber ich hab ihn noch einmal getroffen, glaub ich. Nein! Nein, crap, ich hänge in den stillen Bogen. Nein! Okay, aber ich hab hier Gott sei Dank einen Bogen drin. Nein, ich bin down. Du bist down? Nein. Hast du noch einen Bogen? Ja, es ist eher noch ein Bogen drin. Ja, deswegen hab ich ja vorgesorgt. Verstehst du? Ja. So, wieder schnell ein bisschen Equip abfarmen. So, eine Pick-Ex. Alter, ich bin gerade irgendwie so richtig eingeschlafen beim Kräften. Was bist du? Eingeschlafen beim Kräften. Ich bin irgendwie voll langsam. So, okay. Yay. Ihr Insider-Zwinker-Zwinker. Nein! Der Schwarze. Okay. Wieso muss ich dich immer an meiner Ease machen? Mach ihn, Ease. Oh, der ist einfach runtergefallen. Der ist elend. Abgereckt. Abgereckt. Alter. Alter. Oh, er hat dich Ease gemacht, oder nicht? Alter, warum bag ich so? Okay. Alter, wir machen hier ein Team nach dem anderen. Ja. Das sag ich mal Ease. Okay, und das letzte Team? Warte, das müssen wir irgendwie dissen. Die müssen wir irgendwie dissen. Warte. Nicht einfach so easy ausrotten, so wie es wir normalerweise machen, sondern dissen. Verstehst du? Okay. Ja, wir müssen sie irgendwie in Spinnenweben einbauen. Sagt, ich mach mir ganz viele Spinnenweben. Und dann so vieles reinschicken. Das ist so geil. Also. Spinnenweben. Zack. Zack. Und jetzt so vieles. Okay. Nein. Okay. Sophias. Die kosten leider ein little bit viel. Diese Sophias. Aber komm. Gönnen wir uns. Wir werden sie so dissen. Und dann, wenn wir sie mit Sophias gekillt haben, schreiben wir Ease, okay? Alter, das sieht die so aufregend. Okay, ich hab drei Sophias. Ich glaub, das reicht. Machen wir noch einen stärkeren Brustpanzer, damit ich nicht elend abfehle mit diesen Sachen. Okay. Oh, ich hab den Redman-Bow. Okay, sehr gut. Und der andere hat keinen Bogen? Äh, nein, glaub nicht. Warte, warte mal auf mich. Ich hab nämlich hier den Stuff, hier den Mega-Stuff. Oh, nein, das kann den Bogen. Nein, der schießt mich nicht ab, okay? Wollen wir gleich die so viel zu überschicken? Nein, oder? So, hier ist der Offensive. Wow! Okay. Alter, ich hab gedacht, du bist tot. Du hast überlebt, okay. Kann doch dich in den Schießen. Ja, kann man, okay. Gut, der ist tot. Alter, der war... Der war hart. Wie viel mir der einfach aufgegeben hat. Not back, hast du nicht? Not back. Not back. Okay, äh, wir müssen sie einbauen, komm. Ich baue sie ein. Na komm, ich geh immer. Okay. Ich baue sie hier ein. Warte. Oh, gleich haben wir sie gedisst. Okay. Warte, er macht noch weiter. Nein, nicht Bissi-Leften. Bissi-Leften, komm. Ja, okay. Bissi-Leften, Bissi-Leften, komm. Spinnenweben, gönn dir. Warte, ich hole mir auch noch vor, warte ich du kurz. Ja. Ich muss nur da rein, so. Und jetzt müssen wir sie im Chat... Easy... Jetzt müssen wir sie im Chat zu spammen, okay. Hey, der kommt da raus aus dem Spinnenweben. Können wir uns jetzt noch ein paar Sophias? Äh, ja, warte, gleich. Nur noch... Easy, easy, easy. Ja, okay, Achtung. Ist das Bett abgebaut? Nein. Okay. Ähm... Na, nein. Oder, warte, ich baue das Bett Gott sei Dank noch nicht ein. Warte, ich mache noch ein paar Spinnenweben, okay? Ähm... Nein, nicht mehr nicht mehr. Du musst hier ein bisschen sparen können. So. Okay, sehr gut. Und jetzt hier zu bauen mit Blöcken. Achtung, Blöcke... Ja, warte, lass es, lass es, lass es. Geh da weg, geh da weg. Ja, warte, ich hole uns. Ich hole uns, ich hole uns. So, ich hab eh so vieles. Okay, oh, ne, jetzt machen wir sie. Easy, komm, jetzt machen wir sie easy mit so vieles. Okay, hol noch, hol noch eine so viel. Kommt, oh, oh, der schaut schon, der Gomme. Ja, diesmal Troll, Gomme nicht uns, sondern wird schon Gomme, gell? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Let's troll. Okay, go! Oh, oh, meine Ease! Easy, komm. Oh, oh, die Sophies gehen nicht ganz rein, doch. Okay, wir müssen hier zu bauen. Zu bauen! It's party time! Oh, wollen wir ein gut Fenster haben, damit wir rein schon können? Party time, was passiert da, was passiert da? Oh, baut das Bett ab und jetzt werden sie, werden sie gedisst. Oh, get down! Easy, würde ich mal sagen. Weiße, easy? Easy. Trolalalal. Trolalalal. Oh mein Gott, mein Trolal. Kein Zeichenspam, okay. Ich sag Trolalalal. Ja, okay. Und ich hoffe, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte eine Wertung da. Ja, und dann würde ich sagen, oh, ich bin jetzt in die zweite Runde gegangen. Dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.